Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Oh Schreck, die Untoten sind nicht tot. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Dead Nerds Talking, dem Walking Dead Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Andreas. Herzlich willkommen zu Dead Nerds Talking, eurem Walker-Frühschoppen hier bei Nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei Untoter. Heute sehe ich ein bisschen untot aus. Aber den Bad Hair Day hat er sich gespart, Andreas. Hello, hello. Ich grüße dich, ich grüße dich. Bist du fit? Ich bin fit, aber ich finde es schön, dass du dir gerade noch hier zu unserem Zombie-Frühschoppen einen Kaffee einschüttest. Den habe ich auch. Also zum Wohle, würde ich sagen. Zum Wohle, ja. Nur echt hier von der Kapitol-Versicherung. Also, ich habe so einen kitschigen, den habe ich noch gescheckt bekommen. Ein guter Tag duftet nach Kaffee. Ja, das hier läuft. Herzlich willkommen auch an den Chat. Auch wenn so früh am Morgen wahrscheinlich die Zuschauerzahl noch überschaubar ist. Wir freuen uns trotzdem, dass ihr natürlich alle da seid. Auch wenn ihr das dann später an den Empfangsgeräten und in euren Podcatchern hört. Ja, herzlich willkommen zum letzten Mal. Bis auf weiteres hier bei The Walking Dead. Wobei ich mir gedacht habe, vielleicht wenn wir das Thema etwas erweitern würden. Wir haben ja The Last of Us hier. Jetzt bist du bei Fallout. Ich weiß es genau. Genau, richtig. Und ich weiß nicht, könnte man vielleicht irgendwie Fallout auch noch so dazu zählen, dass wir das Ganze hier so als Dystopie und Endzeitstimmung machen. Dead, Nerds, Vaulting oder sowas. Ich weiß es nicht mehr. Ja, also ich habe in Fallout schon reingeguckt. Hast du auch schon reingeschaut? Nee, noch nicht. Ich habe es noch vor mir. Ich bin gerade noch bei der zweiten Staffel, The Bear, die ich auch sehr, sehr genieße. Und ja, nebenher gibt es noch so Star Trek-Projekte und sowas. Und dann eben noch The Walking Dead. Star Trek gibt es den Quatsch immer noch? Ja, da reden wir nicht drüber. Don't mention the war. Aber nee, ich würde es gerne schauen. Die erste Folge dauert aber irgendwie eine Stunde, 14 oder sowas. Und dafür musst du natürlich entsprechende Muße haben, die auch wirklich dann dich in diese Welt zu begeben. Vor allen Dingen habe ich die Spiele nicht gespielt. Das heißt, ich bin so ein bisschen noch unbeeindruckt quasi von der Fallout-Serie. Ja, also bei den Spielen habe ich, ich glaube auf der Xbox 360, ich glaube ich Fallout 3. 3, ne? Das war 3 angefangen. Aber das war, ich kann dir gar nicht sagen, warum ich da nicht weitergemacht habe. War mir das zu viel Micromanagement oder so? Also manchmal hast du ja so Spiele, die suchtest du durch und dann hast du so welche, da kommst du irgendwie nie rein. Zum Beispiel habe ich Red Dead Redemption, den ersten Teil habe ich durchgesuchtet. Und in den zweiten bin ich nie reingekommen. Ah, okay. Das war mir von allem zu viel. Also zu, ich glaube, das war so dieses Micromanagement, das Pferd noch striegeln und dieses und jenes. Das war mir, glaube ich, einfach too much. Und das war beim ersten halt irgendwie nicht so. Ja, wobei Rockstar das ja meistens so macht, dass du das alles nicht machen musst. Also du kannst es alles machen, aber du musst es irgendwie alles nicht machen. Aber dann leidest du halt unter akutem FOMO. Ja, ja, gut stimmt. Für alle, die jetzt nicht wissen, FOMO, für alle, die älter sind, Fear of Missing Out, also die Angst, irgendwas zu verpassen. Und da sind mir, glaube ich, so Spiele von, wen habe ich denn da lieber? Hier, hier, wie heißen sie denn? Von Dragon Age und von Mass Effect. Wie heißt denn die Spielebutze? Ähm, ja. Bethesda? Nee, Bethesda ist Skyrim. Und jetzt halt eben Fallout. Mein Gott, wie heißen denn die? Ihr wisst es, egal. Also auf jeden Fall sind wir da die Dragon Age-Geschichten und die Mass Effect-Sachen. BioWare, BioWare. Ah ja, BioWare. Die auch Knights of the Old Republic gemacht haben. Die sind mir irgendwie so ein bisschen, das ist für mich genauso die richtige Mitte. So die Ubisoft-Open-World-Sachen, so Assassin's Creed und Co., die sind die einfach nur so abarbeiten von Dingen, die auf deiner Open-World-Map rumrechten. Das ist mir zu stupide. Also das ist auch mal ganz nett, weil die Assassin's Creed-Sachen immer ganz nett gemacht sind und so. Aber das ist dann halt schon extremst repetitiv. Und ich glaube so diese Bethesda-Sachen, die sind mir zu komplex. Also da habe ich einfach so, und da ist so BioWare genau in der Mitte. Aber auf der anderen Seite bei Zelda, beim zweiten Teil jetzt Tears of Kingdom, da hänge ich halt auch. Den ersten habe ich dreimal angefangen und dann habe ich irgendwann so diesen Freshhold gehabt, wo ich dann so drin war. Und dann fand ich es geil und jetzt fange ich mit dem zweiten an und denke mir so, boah, das ist jetzt einfach, ach, jetzt musst du alles machen, was du im ersten gemacht hast. Okay, aber jetzt hast du noch diese schwebenden Inseln, nochmal eins oben drüber und dieses, boah, nee, das wird mir schon alles wieder viel zu viel. Das kann ich nicht mehr auf meine alten Tage. Ja, es ist immer irgendwie auch eine Zeitmanagement-Frage. Also du kannst dir ja die Zeit nehmen, aber dann hast du wieder die Zeit für andere Sachen nicht. Das heißt irgendwie, ja, es ist halt, es ist nicht so einfach. Ich habe auch zum Beispiel bei Baldur's Gate, das ich sehr, sehr genossen habe, habe ich das dritte Kapitel noch nicht gespielt. Einfach weil ich denke, oh, ich muss mir jetzt mal richtig Zeit für nehmen und diese Zeit will ich mir gerade nicht nehmen, weil ich so andere Sachen zu tun habe. Ja, das ist schwierig immer, ja. Ja, siehst du, deswegen habe ich bei Baldur's Gate irgendwie noch gar nicht, also ich habe das auch noch nicht, hast du mir noch nicht gekauft. Ich weiß gar nicht, ich bin ja oldschool. Gibt es das noch als Disc-Version? Die wollten das mal als Disc machen und dann haben sie es irgendwie nicht gemacht. Es gab es ewig nur als Download, glaube ich. Keine Ahnung. Das ist dann so, nenn mich altmodisch, aber nicht, dass ich hier dauernd der Ebay-Champion wäre und Spiele wieder verkaufen würde. Aber allein die Tatsache, dass ich es könnte, gibt mir bei so einer Disc einfach ein gutes Gefühl und bei so einem Download-Produkt von dem Spiel, wo ich weiß, dass, wenn ich es einmal durchgespielt habe, ich nie wieder, das weiß ich einfach, ich werde da nie wieder dazu zurückkehren und es nochmal spielen. Ja, ich auch nicht, aber... Dann nervt mich das irgendwie, dass ich das nur runterladen kann. Ich habe weder am PC noch an der Playstation, habe ich überhaupt noch ein optisches Laufwerk. Das ist... Echt, nee, mir war das super wichtig, dass ich die Dinger auf Disc habe und jetzt habe ich nämlich mir extra eine Terabyte SSD gekauft, die ich jetzt an meine Pläsi drangehängt habe, um dann festzustellen, dass man auf die, auf, weder nur auf diese, die ich mir jetzt gekauft habe, weil die schnell genug ist oder grundsätzlich ja nur die Pläsi 4 Sachen draufballern kann. Ach so, wow. Ähm, jetzt gibt es natürlich, ich meine, ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange habe ich PSN Plus? Zehn Jahre? Also meine Spielebibliothek an Gratisspielen ist verdammt groß. Ja. Ja, das sind ja über 380 Titel oder so da drin und, ähm, ja, das, äh, äh, ist ein bisschen komisch. Ah, aber du spielst dir eh nie wieder, das, äh, sollte dich beruhigen, also selbst wenn du sie nicht abspeichern kannst, meine Güte. Das ist richtig, das ist richtig. Gut, wir schweifen ab, äh, und als alte Podcast-Hörer wisst ihr ja, wenn man abschweift zum eigentlichen Thema der Sendung, äh, das ist nie ein gutes Zeichen. Ah, weiß ich nicht. Wir schweifen, wir schweifen im Discovery-Panel so oft ab und trotzdem sind sie gut, also das ist, äh, ja, das stimmt allerdings. Was soll ich sagen? Wir wollen heute über die letzten zwei Folgen von The Once Who Live reden. Ja. Keine Ahnung, wir werden gleich nochmal drüber gucken, ob da noch eine, noch eine andere Staffel bestellt ist. Wir hatten beim letzten Mal, ja, die Befürchtung, wow, 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 da sind noch eine Menge lose Enten und wir haben noch zwei Folgen Zeit. Da würde ich doch mal sagen, hol uns doch nochmal, weil es ja jetzt auch schon 14 Tage her ist, beziehungsweise drei Wochen, wenn ich die andere Folge sehe, hol uns doch eben mal schnell mit deiner Zusammenfassung nochmal ins Boot und dann wollen wir nochmal gucken, ob sich das Ganze jetzt gelohnt hat zu gucken. Ja, schnell ist mal wieder so eine Sache, ne, also das ist ja eine Serie, in der einfach sehr, sehr viel gelabert wird, muss man einfach so sagen und dann ist eine schnelle Zusammenfassung natürlich immer schwierig. Ich versuche trotzdem, das größtenteils zusammenzufassen und ihr seht schon, ich werde hier auf meinen Rechner gucken, das heißt, ich habe hier natürlich einiges dazu aufgeschrieben. Wir fangen an mit der fünften Folge, das war die Folge Become und da sehen wir als allererstes unseren liebsten Priester Gabriel, Gabriel Stokes, der startet seinen Tag mit einem Spaziergang durch den Wald, hat aber das Pech, fast von einem Walker erwischt zu werden, den er dann aber schlussendlich mit einer Machete niederstreckt und währenddessen kreist ein Helikopter über ihm, was ihn ziemlich ablenkt und zu einem kurzen Gebet motiviert. Rick und Michonne in der Jetztzeit haben es unterdessen ziemlich chillig, fahren durch verlassene Städte, da können sie ziemlich viel looten, also sie finden so eine Ladung. Rahmennudeln, finden dann einen Walker mit einer Machete im Schulterblatt, ganz praktisch, weil eine Machete können die gerade ganz gut gebrauchen und entdecken auch einen Getränkeautomaten, holen sich dann noch so ein paar Dosen zur Erfrischung, vielleicht sind die sogar kalt, also so viel Glück, wie wir gerade haben, kann das ja durchaus sein. Ihre Reise führt sie zum Three Pines Trail, so einen Wanderweg, wo sie in einer verlassenen Lodge halten. Rick wird von einem Regal mit kleinen Nummernschildern angezogen und schnappt sich eins für RJ, während er für Michonne die Halskette Michelle zu einem M umarbeitet. Ein kleiner Moment der Nostalgie und der Romantik erfolgt dann, als Rick und Michonne endlich die Zahnpasta, also Rick Michonne endlich die Zahnpasta gibt, die er ihr schon Jahre zuvor versprochen hatte. Gerade als die beiden denken, sie hätten einen Moment der Ruhe, werden sie durch Schreie und Walker-Geräusch gestürzt, sie allen zur Hilfe und finden Red, Red, der versucht einen besonders harten Walker abzuwehren, während sein Kumpel Dalton seiner Schwester Tina hilft, die in einer Falle gefangen ist. Mit etwas Geschick und der Hilfe von Ricks Prothese schaffen sie es, den Walker zu erledigen, doch die Ruhe wehrt nicht lang, denn Red und Dalton ziehen Waffen und fordern alle Vorräte. Klassischer Fall von Farad, den Rick und Michonne aber gekonnt handhaben und die beiden natürlich entwaffnen. Nachdem die Lage geklärt ist, machen sich Rick und Michonne auf den Weg zur Hütte, wo sie dann die Nacht verbringen wollen. So, wir gehen nochmal in das Flashback. Gabriel trifft Jadis am Bach, wo sie kurz reinschaut, um Tschüss zu sagen. Er ist überrascht und redet über Vertrauen und Veränderungen, dass Rick angeblich gestorben sei, was Jadis vorgibt, nicht zu wissen. Sie quatschen dann über Schuldgefühle, Gabriel bietet ein offenes Ohr an und am Ende vergibt Jadis ihm einfach so für alles, was er jemals getan hat. In der Gegenwart steht Jadis plötzlich in der Cabin von Rick und Michonne, bewaffnet und gefährlich. Sie zwingt das Paar, sich selbst zu fesseln und enthüllt, dass sie die ganze Zeit geplant hätte, sie zu töten, um ihre eigenen Ziele zu verfolgen. Aber Rick und Michonne sind nicht so leicht zu überlisten und schaffen es, Jadis in einem Handgemenge zu überwältigen. Jadis schafft es zu flüchten und Rick hält Michonne auf, sie mit Rats Pistole zu töten. Zwei Jahre zuvor, Jadis bzw. Anne und Gabriel zu einem kleinen Picknick am Bach. Anne fragt Michonne und Gabriel klärt auf, dass sie nie offiziell mit Rick verheiratet war. Moment, Anne fragt nach Michonne, Sorum. Dann erzählt Gabriel, dass sie nie offiziell mit Rick verheiratet war, trotz Ricks Idee, sie auf einer Brücke zu trauen. Brücken spielen eine große Rolle bei Rick in seiner Biografie. Gabriel, der einst zufällig einen Ring fand, hatte gehofft, Rick würde ihn eines Tages benutzen. Und Anne gesteht, dass sie sich jedes Jahr auf dieses Treffen freut mit Gabriel, da es sie an ihr früheres Ich erinnert. Den Rest des Jahres fühlt sie sich jedoch in ihrer neuen Gemeinschaft gefangen, verantwortlich für größere, manchmal grausame Aufgaben. Und da sehen wir schon so ein bisschen mit dem CRM, dass grausame Aufgaben gibt es auf jeden Fall. Gabriel bemerkt, dass Anne Zweifel hegt, dass sie nicht wirklich hinter ihren Taten steht. Sie diskutieren so über das Überleben und die Opfer, die es erfordert. Und als Gabriel um Hilfe für Alexandria bittet, muss Anne ablehnen, obwohl es ihr sichtlich schwerfällt. Beim Abschied gibt Gabriel ihr den Ring als Symbol der Hoffnung und Liebe. Sie verabreden sich für das nächste Jahr, falls Gabriel dann noch leben sollte. In der Gegenwart. Jadis flieht in ihrem Auto, verfolgt von Rick und Michonne, die sie nicht töten können, da sie wichtige Informationen über das CRM hat. Und nach einer gescheiterten RAM-Aktion von Michonne stürzt Jadis Auto von einer Klippe. Sie überlebt aber und flieht weiter. Und später bittet eine verletzte Jadis am Lagerfeuer die Gruppe um Red um Hilfe, indem sie ihm einen Austausch für eine sichere Zuflucht Unterstützung anbietet. Rick und Michonne verfolgen die Blutspur zu einem Besucherzentrum, wo sie eine hinkende Gestalt in Jadis Kapuzenmantel sehen, die sich jedoch als Tina herausstellt. Tina entschuldigt sich und erklärt, dass Jadis versprochen hat, die ihre Gruppe mitzunehmen, wenn sie Rick und Michonne in eine Falle locken. Als Red und Dalton bewaffnet auftauchen, eröffnet Jadis das Feuer auf Rick und Michonne, die fliehen, während die Gruppe von weiteren Walkern angegriffen wird. Wieder ein Flashback, ein Jahr zuvor. Gabriel und Anne treffen sich wieder. Gabriel gibt zu, dass er immer noch an das Gute in ihr glaubt. Anne fühlt sich schuldig und gesteht, dass sie jedes Jahr schlimmere Dinge getan hat. Gabriel bietet ihr seine Unterstützung an, doch Anne kann sich nicht öffnen. Sie küsst Gabriel, lehnt sein Angebot ab, mit ihm nach Alexandria zurückzukehren, aus Angst mehr Schaden anzurichten und als ein Walker auftaucht, stößt Anne Gabriel zu Boden und zieht ihre Waffe, entschuldigt sich und steht damit vor einer verzweifelten Entscheidung. So, mit die wird zu sprechen sein. Im gegenwärtigen Geschehen ruft Rick Jadis dazu auf, sich zu zeigen, damit sie reden können, aber Jadis wirft ihm vor, sie unter Druck setzen zu wollen, um den Verbleib einer wichtigen Datei über Alexandria zu erfahren. Jadis ist bereit, für ihre Sache zu sterben und beschuldigt Rick des Verrats. Während eines kurzen Schusswechsels, bei dem Rick dann leicht verletzt wird, stellt Jadis fest, dass sie Rick und Michonne zusammen nicht stoppen kann, warnt aber, dass ihre Kinder in Gefahr sind, sollte sie sterben. Jadis trifft offen vor die Walker, die gerade Red, Dalton und Tina verschlingen. Michonne zögert zunächst, schießt dann aber auf die Walker, um Jadis zu retten, dabei geht jedoch die Munition aus. Jadis erklärt Rick in großen Schmerzen, dass es nicht so hätte kommen müssen und dass Rick kurz davor war, über die wahren Absichten des CRM aufgeklärt zu werden. Wir erinnern uns, Ecolon Briefing. Rick hätte die Sicherheit von Alexandria gewährleisten können, wurde aber von Michonne dann abgelenkt. So ist jetzt das Narrativ, das Jadis hier vermittelt. Rick und Michonne erkennen, dass sie nicht einfach nach Hause zurückkehren können und bieten Jadis einen Deal an. Sie wird überleben und mit Rick zur CRM zurückkehren, während Michonne gehen darf. Nachdem sie also ihre Waffen niedergelegt haben und Jadis ihrem Misstrauen ausdrückverleiht, einigen sie sich auf diesen neuen Plan. Jadis respektiert Rick trotz allem und sie schließen so diesen brüchigen Frieden gestützt auf gegenseitige Achtung. Die Nummer mit Gabriel in der Vergangenheit ist weiter brenzlig. In der Gegenwart konfrontiert Michonne die geschwächte Jadis mit einem Gewehr und fordert sie, auf ihre Waffe fallen zu lassen. Aber als dann eine zombifizierte Tina Jadis von hinten angreift, erkennt Jadis, dass Rick und Michonne sie überlistet haben. Während des anschließenden Chaos schießt Michonne Tina nieder. Rick erledigt Dorton mit seiner Machete. Aber als sie die Walker von Jadis entfernen, entdeckten sie, dass Tina Jadis tödlich in den Hals gebissen hat. In Rückblenden reflektiert Jadis ihre schwierige Entscheidung und den Verlust ihrer Freunde, die sie dazu brachte, ein Dossier zu erstellen, um das CRM zu schützen. Letztes Jahr entschied sie sich dann, einen Walker anstelle von Gabriel zu erschießen, bestärkt durch seine Unterstützung das Versprechen, sie im nächsten Jahr wiederzusehen. Gabriel wird aber ab jetzt immer allein zum Fluss kommen müssen. Denn Jadis, die sich wieder als Anne identifiziert, offenbart Rick und Michonne, dass das Dossier im Cascadia Forward Operation Base liegt und zerstört werden kann. Sie bittet um das Versprechen, dass sie die CRM nicht verfolgen werden, aber Michonne entgegnet, dass sie das CRM stoppen werden. Anne wünscht sich, als Künstlerin gestorben zu sein und gibt Rick den Ring zurück, den Gabriel gefunden hatte. Nach einem letzten Gespräch, in dem Rick und Michonne sich ihrer Mission klar werden, erschießt Rick die schwerverletzte Anne, die jetzt nicht mehr Jadis ist. Später, während sie dann durch den Park gehen, macht Rick und Michonne mit dem Ring einen Heiratsantrag und sie akzeptieren beide ihre neue Verantwortung, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Soll ich weitermachen? The last time. Ja, sehr gerne. Also, Rick und Michonne verbringen romantische Momente, umgeben von Kerzenlicht und einem Haufen von Rahmenverpackungen und leeren Flaschen, während ihre Uniformen und Jadis Sachen anschließend eines kleinen Sandhaufens darauf hindeuten, dass sie Jadis begraben haben. In einer Reihe von Voice-Overs teilen Rick und Michonne ihre Gedanken über Vergangenheit und Zukunft, während andere Charaktere die Wichtigkeit für Menschen als Ressource und die Komplexität des CRM diskutieren. Also die große Rückblicksfolge. Rick steckt Michonne den Ring an und skizziert den einfach klingenden Plan, gemeinsam wichtige Infos zu sammeln und dann heimzukehren. Michonne ist ein bisschen skeptisch, dass das alles glatt laufen wird, aber Rick ist da völlig zuversichtlich. In der Nähe der Cascadia-Basis trennen sich dann Rick und Michonne, die in Uniform gekleidet sind, von Jadis gepackten Hubschrauber mit einem Kuss und gehen dann getrennte Wege. Während Michonne sich verkleidet entlang des Zauns schleicht und von einem Walker verfolgt wird, stellt sich Rick mit erhobenen Händen am Eingang vor, gibt sich als Sergeant Major Rick Rhymes aus und erzählt Thorne eine erfundene Geschichte, wie Michonne sein Leben rettete, indem sie ihn aus dem abstürzenden Hubschrauber stieß. So, ab jetzt ergibt es Sinn, die beiden Geschichten mal nacheinander zu erzählen. Also erst Rick und Beale, denn Thorne führt Rick zu einem Teil des Umzäunungszauns im Wald, wo Beale eine Herde Walker bekämpft mit so einem Killstick und Rick zu einem Gespräch einlädt. In Beales Büro offenbart Beale seine Vergangenheit und Strategien, einschließlich der Zerstörung von Gemeinschaften zur Ressourcensicherung, was Rick ehrlicherweise tief schockiert. Nicht, dass er das selber schon gemacht hätte, aber egal. Er erzählt von seinem Militärdienst, der Opferung Pittsburghs für Philadelphia und der düsteren Zukunftsaussicht der Menschheit. Beale zeigt Rick Bilder von riesigen Herden, erklärt die Ziele des CRM und bietet Rick an, der nächste CRM-Führer zu werden. Während der Diskussion über dieses überlebende Menschheit greift Rick entsetzt über Beales genozidale Pläne ihn mit einem versteckten Messer an, tötet ihn und entkommt mit einem Koffer voller Geheimnisse. Währenddessen Michonne durchsucht hektisch Shades Zimmer, findet das versteckte Dossier in einer Katzenstatue, die wir irgendwann in The Walking Dead sogar gesehen haben, dass sie die gebaut hat. Nachdem sie es gelesen und wütend zerrissen hat, überwältigt sie eine eintretende Frontlinerin, um unentdeckt zu bleiben. Und während sie die Basis verlässt, erinnert sie ein heruntergefallener Stoffhase an ihre vergangenen Kämpfe und Verluste. In einem Auditorium entdeckt Michonne schockiert die CRM-Planet zur Evakuierung und Liquidation der Bevölkerung von Portland, einschließlich einer gezielten Rettung ausgewählter Kinder. Und das erschüttert sie tief. Entsetzt verlässt auch sie die Präsentation und bereitet ihre Flucht vor, genau wie sie eingedrungen war. Zwischendurch sehen wir immer wieder Flashbacks auf alles, was Michonne und Rick in ihrer TVD-Zeit so alles erlebt haben. Und dann kommen sie wieder zusammen. Verkleidet in einer Frontliner-Uniform, eilt Rick mit einem blutenden Koffer ins Sex für Stockwerk, wo er einen Frontliner im Aufzug bekämpft und tötet. Michonne, die ursprünglich fliehen wollte, kehrt um, bewaffnet sich mit Granaten und trifft Rick eben in diesem Aufzug. Beide haben von den düsteren Plänen des CRM erfahren, eine geplante Evakuierung von Kindern und anschließende Vernichtung einer ganzen Stadt. Entschlossen, die CRM zu stoppen, bevor sie ihren Plan umsetzen können, bereiten sich Rick und Michonne auf den nächsten Schritt vor, sich dem eben entgegenzustellen. Michonne bastelt in Beals Büro aus den Granaten eine Bombe, inspiriert von Nat. Während Rick von Beals Angebot erzählt, die CRM zu leiten, was Michonne tatsächlich zum Lachen bringt. Sie entscheiden zu bleiben und zu kämpfen, anstatt zu fliehen, um eine bessere Welt für ihre Kinder zu schaffen. Draußen warten die Frontliner, 2000, 3000 Leute, auf eine Einsatzbesprechung und Thorne entdeckt Ricks verlassene Prothese im leeren Büro und spürt, da stimmt irgendwas nicht. Rick und Michonne stellen eine Bombe aus Chlorgas und Granaten zusammen, während Thorne sie entdeckt und zur Umkehr zwingt. In dem überraschenden Moment entkommen sie, indem sie die Explosion auslösen, die das gesamte CRM-Kommando und 2000 Frontliner mindestens mal vernichtet. Nach der Explosion laufen zombifizierte Frontliner überall rum, während Rick und Michonne Schutz suchen. Thorne, noch am Leben, sucht nach ihnen und Rick greift sie an, um ihr die Gasmaske zu nehmen. Michonne kommt Thorne mit Beals Schwer zur Hilfe, während Rick die Frontliner-Walker abwehrt. Thorne besiegt von Michonne, behauptet dann, dass die Liebe in einer toten Welt tot sei, aber Michonne überzeugt sie vom Gegenteil, bevor sie sie besiegt. Rick wird zwar von den Walkern übermannt, kann aber eine Granate zünden. Und völlig überraschend findet Michonne Rick unversehrt unter den Walkern und sie umarmen sich erleichtert. Im Sterben im Bereich Thorne Rick ihre Gasmaske und warnt ihn, dass Okafor recht hatte. Umzingelt von Walkern kämpfen sich Rick und Michonne heraus, wobei Michonne Deckung gibt, während sie die Basis verlassen. Währenddessen ergreift der Rat der Civic Republic schnell Maßnahmen, um die Aufsicht über das CRM zu übernehmen und die Grenzen der Stadt zu öffnen, was Hoffnung auf Reform und Unterstützung für Überlebende signalisiert. Am Ende sehen wir dann Rick und Michonne sitzend im CRM-Hubschrauber. Sie halten sich an den Händen, während sie auf das Bild von Judith und Michonne auf dem iPhone schauen. Sie erreichen ihre Kinder Judith und RJ, die sie freudig begrüßen. Und gemeinsam umarmen sie sich als wiedervereinte Familie. CRM-Hubschrauber fliegen über sie, um anderen Gemeinschaften in Not zu helfen. Dank der Veränderung, die Rick und Michonne einmal mehr in einer Organisation dieses Mal im CRM bewirkt haben. Ende gut. Alles gut. Außer für die 2000 bis 3000 Frontliner, die da irgendwann mal zwischendurch aufgegangen sind. War das jetzt eigentlich dann das komplette CRM? Nee, das war der Stütz. Ja, ach so, okay. Ob das die gesamte Armee war? Es war halt dieser Stützpunkt, dieses, wie hieß das Ding noch? Ich hab's schon wieder vergessen. Cascadia Forward Operation Base. Also ich schätze, dass die auch noch Frontliner oder normale Soldaten irgendwie im eigentlichen CRM haben oder in den Outskirts des CRM. Aber es waren auf jeden Fall viele. Ja, ja, eben, genau. Es waren auf jeden Fall viele. Und dafür war es halt dann doch sehr, sehr leicht, die ganze Nummer irgendwie so. Also ich glaube, einen größeren Kill-Count in einer einzigen Episode hatten wir fast nie, würde ich sagen, an Menschen. Also vielleicht noch bei World Beyond mit dem Überfall auf den Campus oder sowas. Oder vielleicht auch mit dem Überfall auf Omaha natürlich. Aber ich glaube, in der Originalserie hatten wir niemals so einen hohen Kill-Count an Menschen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir jetzt auch. Zumindest nicht auf einen Schlag und so weiter, ja. Wir lassen uns jetzt diese zwei Folgen irgendwie so zurück. Also es waren so schöne Dinge drin, die ich wirklich, ein paar Sachen wirklich toll fand, wo ich mir so denke, ja, aber warum denn erst jetzt? Zum Beispiel hatte ich nicht damit gerechnet, dass wir Gabriel nochmal sehen. Und ich fand diese Freundschaftssache von denen, also ich habe ja viele Dinge vergessen, das hat uns auch übrigens der Al Mercy letztens auch in der Meier vorgewerfen, dass von der World Beyond und so weiter nicht viel hängen geblieben ist. Ich fand das schön irgendwie. Ich mag ja solche Freundschaftssachen, ja, so Menschen, die so Seelenverwandtschaft irgendwie da ist. Und ganz ehrlich, ich habe bei diesen kurzen Szenen zwischen Anne, von der ich wusste, dass sie eine verkappte Künstlerin ist, nur sie hat gemalt und nicht getanzt, okay, gut, habe ich mehr gespürt als zwischen Rick und Michonne die ganze Zeit. Jein. Also ich hatte da ein bisschen Probleme mit, weil, also Seth Gilliam ist ein guter Schauspieler. Das haben wir auch damals immer bei TVD gesagt. Die Story rund um den Priester war halt irgendwann auserzählt und dann haben sie immer wieder versucht, irgendwas Neues mit ihm zu machen, aber das hat halt nicht so gut funktioniert. Aber der Schauspieler ist meiner Meinung nach über jeden Zweifel erhaben. Das Problem ist für mich, dass ich Jadis so wenig nachvollziehen kann. Das ist so eine Figur, so eine Figur, bei der ich irgendwie nie so richtig weiß, was sie eigentlich ihre Motivationen sind. Und dann haben sie es versucht, hier so ein bisschen zu beleuchten, aber so richtig klar geworden ist mir das immer noch nicht. Also die ist einfach so schräg. Und dieses Schräge macht sie für mich relativ wenig nachvollziehbar. Deswegen habe ich es so halb gespürt. Also ich kann schon verstehen, was Gabriel ja auch so mit diesem priesterlichen Anspruch. Ich versuche immer wieder, die Leute irgendwie zurückzuholen und ich versuche auch Hoffnung für mich selber daraus zu schöpfen und sowas. Das habe ich schon verstanden. Aber Jadis verstehe ich irgendwie nicht. Also die hätte ja auch einfach da bleiben können. Ja, okay. Also an dem Punkt bin ich bei dir. Das war aber nicht das, worauf ich hinaus wollte. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass ich so diese Vorstellung, dass die sich so einmal im Jahr da treffen und darauf sich so beide auch so ein bisschen freuen und irgendwie und dann plötzlich kommt einer nicht mehr. Das fand ich so melancholisch schön irgendwie. Weißt du, dass diese Menschen diese Verbindung haben. Dass Jadis alles das ist, was du gerade gesagt hast, bin ich vollkommen bei dir. Aber innerhalb dieses kleinen Kosmos, zwischen den beiden, fand ich es dann schön. Und da hatte ich einfach mehr Connection gefühlt, als jetzt zum Beispiel bei der ganzen Schmonzette rund um Rick und Michonne in den letzten drei, vier Folgen. Das stimmt. Eine ähnliche Story hatten wir ja quasi in The Walking Dead mit Daryl und Carol irgendwann, wenn sie sich so zurückziehen und dann sich gegenseitig ab und zu mal besuchen. Da habe ich das auch noch sehr, sehr gespürt. Da fand ich es sogar noch überzeugender, weil ich eben beide als überzeugende Charaktere empfunden habe, die irgendwie konsequent erzählt worden sind. Aber du hast recht. Also im Vergleich mit Rick und Michonne, schwierig. Also das, und ich fand das halt, wie gesagt, ich fand das, weil du ja wusstest, dass halt einer nicht wiederkommt, schon bevor es überhaupt losging. Und das sind so Sachen, das sind so einzelne Versatzstücke, die ich wirklich sehr schön finde. Und da frage ich mich, warum denn das in Folge 5? Ja. Zeig uns doch die ganze Zeit schon eine andere Seite von Jadis. Erklär sie uns ein bisschen mehr in diesen Folgen, sodass wir, wenn sie dann am Ende halt das Zeitliche segnet, vielleicht einen ganz anderen Blick auf sie haben. Ja, ich bin allgemein überrascht, wie sehr The Walking Dead in Jadis als Person verliebt ist. Also dass die die in World Beyond einführen, dass die die in The Ones Who Live so fokussiert hinsetzen oder sowas, das finde ich echt überraschend, weil ich finde Jadis als Figur einfach strange. Also sie ist ja auch strange, aber sie soll ja auch strange sein, aber ist für mich irgendwie auch eine relativ uninteressante Figur als jemand, den ich eben so wenig nachvollziehen kann. Ja, ja, eben. Und dann kriegst du jetzt mal so ein interessantes Titbit mal hingeworfen, halt erst kurz vor Schluss. Ja. Und das ist halt irgendwie eine verschenkte Chance. Und deswegen ist jetzt halt die Frage, was war jetzt das Highlight? Gabriel mal wieder zu sehen, oder ein bisschen, weil so viel mehr erfährt man nicht. Auch diese ganze Geschichte, dass dann plötzlich nochmal diese, diese eine Gruppe da nochmal kommt. Ja, jetzt führt doch nicht noch zwei Folgen vor Schluss auf einmal noch irgendwelche Menschen ein, die dann sowieso wieder hops gehen. Und auch hier wieder eine interessante Idee, zum Beispiel diesen verkrusteten Walker, der da aus diesem Schwefel... Stimmt, ja. Das sind so alles so Dinge, wo ich sage, ja, mach doch mal mehr damit. Lass doch mal da 20 von den Dingern auftauchen und auf einmal ist es wieder, ist es wieder gefährlich. Ja, weil der wurde dann am Ende des Tages von mir schon dann auch relativ easy mit einem Stab dann wieder gekillt. Aber das sind genau solche kleinen Sachen, wo ich mir denke, ja, die Ideen sind da, aber ihr flasht das nicht out, wie man im Englischen sagt. Ja, ihr macht also kein Fleisch an den Knochen irgendwie. Ein Glück, dass es keine Kleinbad-Zombies mehr gibt. Das hätte ihnen am Ende, als sie da auf diesen Container geklettert sind, hätte ihnen das Knick gebrochen. Genau, die gab es halt irgendwie auch nur mal für so einen Schockmoment und dann waren die halt wieder irgendwie weg. Vielleicht gibt es sie in Daryl Dixon, in Europa gibt es sie vielleicht öfter. Wer weiß das? Bleiben wir eben noch kurz bei Jadis, um sie dann abzuhaken. War das für dich jetzt ein würdiges Ende? Also war das so der Kampf, den du dir so erwartet hast und da hat sie dann am Ende doch ein bisschen relativ zu einfach das Zeitliche gesegnet? Ja, sie haben halt versucht, also es ist schon klar, was sie versucht haben. Die haben versucht irgendwie mit Versatzstücken aus TWD, keine Ahnung, sei es die Katze, in der sie dann im Endeffekt das Ding versteckt, die sie ja wirklich in TWD schon gebaut haben, oder dann diese Ring, den sie extra nochmal einführen, den sie dann von Gabriel bekommt und sowas. Sie haben versucht hier eben zu sagen, okay, das ist ein Bogen, der hier geschlossen wird. Wie gesagt, ich glaube, dass Jadis dafür in The Walking Dead zu strange eingeführt worden ist. Die hat man in The Walking Dead nie richtig verstanden. Jetzt versucht man hier irgendwie noch ihren Charakter zu entschlüsseln. Und wie du da auch sagst, dafür war es jetzt zu spät und deswegen würde ich fast sagen, der Tod war irgendwann konsequent, weil sie sich einfach zu sehr in die Sackgasse begeben hat. Ach, würdiger Tod. Ja, für die Figur irgendwie schon, weil die Figur hat gar nicht so viel hergegeben, wie sie im Endeffekt daraus gemacht haben. Da fand ich fast überraschender, da kommen wir gleich irgendwann hin, dass Thorn so einen riesigen Heldentod bekommt, die vorher irgendwie zehn Minuten Screentime hatte oder sowas. Genau darauf wollte ich nämlich hinaus. Jemand, den man im Grunde genommen jetzt erst seit ein paar Folgen kennt und jemand, den man halt jetzt schon seit fünf, sechs, sieben Jahren begleitet. Also da ist so die Balance irgendwie nicht so ganz richtig, sodass ich zu dieser Folge ehrlich gesagt am Ende mir nur noch bleibt, ja, ich fand die relativ unspektakulär und hatte am Ende am meisten Mitgefühl mit Gabriel, der dann kommt und man weiß, es kommt halt niemand. Wobei, ich hatte eigentlich an Folge fünf sogar ein bisschen mehr Spaß, weil es irgendwie so ein Verfolgungsjagdding war, da war eine wirkliche Handlung drin. The Ones Who Live war halt eine Serie, die sehr, sehr, sehr dialoglastig war, wo extrem viel geredet worden ist. Also das hatten wir in keiner anderen The Walking Dead-Serie, in der Hauptserie sowieso nicht, dass da so viel geredet wird und im Endeffekt auch so wenig gezeigt. Also wenn ich mal irgendwie denke, sie haben, Terry O'Quinn hier, haben sie gebucht für zwei Gespräche. Also das ist irgendwie sehr, sehr strange alles. Keine Ahnung, ich verstehe diese Serie, glaube ich, irgendwie nicht so richtig. Und keine Ahnung, in Folge fünf, um da den Bogen zu schließen, da ist wirklich noch was passiert. Sie haben ja vorher Verfolgungsjagd gehabt, sie haben dieses Abdrängen mit dem Auto gehabt, das dann da runterstürzt und dann schleppt sie sich noch zu dieser Gruppe hin und dann verschanzen sie sich in dieser Ausstellung da, also in diesem Besucherzentrum. Das fand ich auch noch ganz spannend irgendwie, dass da insgesamt so unfassbar wenig gelootet worden ist in dieser Gegend. Finde ich ein bisschen schräg. Aber gut, es ist offensichtlich eine unentdeckte Gegend. Das hatten wir schon bei Greenwood, bei diesem super Hightech-Haus, dass da auch irgendwie offensichtlich unentdeckt war. Ja, nee, keine Ahnung. Ich fand Folge fünf nicht so schlecht. Okay, damit ist aber eigentlich zu Folge fünf auch mehr oder weniger schon alles gesagt. Lass uns zum grande Finale hüpfen, von dem ich immer noch der Meinung bin, da fehlen mir halt leider trotzdem noch anderthalb, zwei Folgen. Da fehlt mir nämlich eigentlich noch so ein Epilog am Ende. Und der war mir einfach viel zu kurz, aber dazu ja dann gleich mehr. Ja, es geht im Grunde genommen nahtlos weiter. Ja. Es ist wirklich eins zu eins. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich mich frage, ist das wirklich jetzt noch, also ich meine, der Biel spricht es ja sogar auch an, da kommt der Rick also wieder zurück und stellt sich und immer noch und immer noch hat der Biel große Pläne mit ihm. I don't get it. Ich verstehe das nicht. Ja. Oder war das nur so ein, nochmal so das letzte Evil-Testgespräch, aber ich hab, erklärst mir, war das einfach nur nochmal so ein kleines Geplänkel und er hatte nie vor, das zu machen? Oder hat er wirklich ernsthaft nochmal vorgehabt, den Rick doch nochmal da einzubinden? Ich weiß nicht, ich werde daraus nicht richtig schlau. Also im Endeffekt, da geht es dir genauso wie mir, okay. Im Endeffekt kann es ja durchaus sein, dass Biel Rick geglaubt hat. Weil das ist eigentlich doch der einzige Grund, warum er ihm dieses Echelon-Briefing doch noch geben soll. Oder Biel ist wirklich so ideologisch verblendet, dass er glaubt, dass sein Plan, den er da an der Stelle vermittelt, Rick im Endeffekt davon überzeugt, ach so, ja, dann müssen wir das natürlich so machen. Dann müssen wir natürlich Portland jetzt komplett dem Erdboden gleich machen. So wie du es jetzt erklärt hast, ist mir völlig klar. Das wäre allerdings krasse ideologische Verblendung. Also mir ist es auch nicht so richtig klar. Was deutlich ist, ist, dass sie unbedingt dieses Gespräch haben wollten, dass sie dafür Terry O'Quinn, der das natürlich auch richtig geil macht, also das ist richtig gut geschauspielert, dafür haben sie ihn gecastet. Und nur dafür, weil ansonsten hat er ja auch keine Szenen. Das ist wirklich überraschend. Also die Schwerpunktsetzung in dieser Serie ist wirklich irritierend. Vor allen Dingen, weil das Echelon-Briefing ja im Endeffekt auch relativ egal ist, weil wenn Rick und Michonne zusammengeblieben wären und dann zufällig in diese, in das Ding, in diese Versammlung da gestolpert werden, dann hätte Rick es ja darüber erfahren. Das heißt, das ist alles irgendwo sinnlos. Ja. Weil Michonne erfährt es ja parallel. Ja, weiß ich nicht. Sie und übrigens so 2000 andere halt auch. Ja. Wo war da jetzt so diese große Geheimnummer irgendwie her? Und es wird uns literally zweimal, wie du eben gesagt hast, zweimal das gleiche Briefing erzählt. Und dann verhindern sie es ja durch ihre Explosion überhaupt in dem Making. Das war halt auch so 0,0 spannend. Also da wäre es doch eigentlich, aber wahrscheinlich war es eine Budgetfrage, ich weiß es nicht, wäre es nicht viel spannender gewesen. Diese beiden Folgen, 5 und 6, wären die ersten beiden Folgen mit kleinen Abwandlungen in dieser Staffel gewesen. Das heißt, Folge 1, Rick und Michonne treffen sich. Folge 2, wir machen Jadis platt, damit wir sie los sind, den Charakter. Oder wir führen halt die andere Tante gar nicht erst ein und setzen da einfach Jadis hin. Ja, hätte funktioniert, glaube ich auch. Hätte funktioniert, ganz genau. Und dann ist Jadis halt sozusagen der große Kontrapunkt bis zum großen Showdown am Ende. Und dann geht es darum, dass in diesen zwei, in diesen restlichen Folgen sozusagen dieser Großangriff verhindert werden muss, der dann in letzter Sekunde vor den Mauern noch irgendwie, keine Ahnung, also so hätte ich das irgendwie gemacht. So wusste ich ja nie, was die Steaks sind. Also ich wusste überhaupt nicht, worum geht es eigentlich, weil ich ja dieses komische Echelon-Ding ja auch nicht wusste, bis in der allerletzten Folge. Dann wusste ich, worum es geht, aber dann habe ich auf die Uhr geguckt und gesagt, ja gut, es sind aber halt auch nur noch 35 Minuten Zeit. Kann jetzt auch nicht mehr so viel sein. Und dann sah das zwar alles ganz nett aus, aber überhaupt. Wobei Oka vor, dass er auch gedacht hatte schon, dass es genau darauf hinausläuft, auch schon in der ersten Folge. Ich glaube, dass wir die Serie falsch verstehen. Ich glaube, dass sie uns was ganz anderes erzählen wollten. Ich glaube, sie wollten uns überhaupt nicht, das CRM war irgendwie die Leinwand, auf der das alles spielt. Aber im Endeffekt wollten sie uns die Botschaft vermitteln, dass die Liebe zwischen Rick und Michonne alles erreichen kann. Also das, was Jadis irgendwann als große Erkenntnis hat in diesem Besucherzentrum. Wenn ihr beide zusammen seid, dann könnt ihr alles, dann könnt ihr die Welt verändern. Und ich glaube, das ist die Message, die sie erzählen wollen. Und deswegen ist es eigentlich egal, ob sie dabei das CRM zerstören, das Commonwealth zerstören oder ganz Frankreich niedermetzeln, weil sie die Atomcodes finden oder sowas. Das wäre alles irgendwas gewesen. Es ist völlig egal. Sie wollen uns hier quasi eine Origin-Story des Superhelden-Duos Rick und Michonne erzählen. Und jetzt können wir das weiterdenken und können wir denken, okay, und wie verändern jetzt die Welt? Wann werden die denn zu den Führern der freien Welt? Und wie schaffen sie es denn, dass die Menschheit doch noch eine Zukunft hat? Anders als Biel das vermutet hatte. Das schaffen sie nur, indem die beiden quasi jetzt die Präsidenten der freien Welt werden. Als liebes Paar. Ja, aber ich glaube, dass sie das erzählen wollten. Wirklich, ernsthaft. Und das meine ich gar nicht sarkastisch. Also, das haben sie auch erzählt. Es ist nur für mich eine total, also für mich ist das keine spannende Geschichte irgendwie. Okay, ja, natürlich nicht. Vor allem, weil du ja am Ende des Tages immer nur so hingehst, das ist das, was immer passiert. Rick kommt irgendwo hin und macht alles kaputt. Und wie es Misoka im Chat richtig schreibt, das hätte man dann doch alles in einem Kinofilm abhandeln können. Und der meine ich halt inzwischen auch. Das hat definitiv keine acht Folgen dafür gebraucht. Das hätte sechs Folgen. Acht Folgen? Sechs Folgen? Sechs Folgen. Hätte definitiv keine sechs Folgen dafür gebraucht. Das hätte man echt in einem guten 120-Minuten-Film plus Mid-Credit-Scene hätte man das abhandeln können. ja, oder zweimal 90 Minuten, ja, so als Fernseh-Zweiteiler. Ja, und du merkst ja, dass dann zwischendurch immer wieder neue Sachen eingeführt worden sind. Die gesamte Story rund um Jadis war im Endeffekt ja vermeidbar. Du hättest Jadis natürlich auch einfach die Rolle von Thorne geben sollen, dann hättest du gemerkt, okay, Jadis braucht insgesamt vielleicht 20 Minuten Screentime, weil wir kennen diese Figur und wissen dann, also kennen die Figur im Rahmen von wie kann man Jadis kennen. Und das reicht dann für den großen Showdown. Wir hätten Terry oder Quinn noch ein bisschen mehr in den Vordergrund setzen können. ja, das wäre alles in weniger Screentime gegangen, aber sie haben halt sehr, sehr viel Filler benutzt und das merkst du ja schon daran, wie viele Flashbacks es in jeder einzelnen Episode gab. also Flashbacks sprechen ja immer dafür, okay, ja, ich muss hier noch irgendwas, irgendwie noch mehr Charaktermomente irgendwie versuchen zu erklären und dann erkläre ich die, ja, weiß nicht. Wir sind also sozusagen zurück im Spiel und dann haben wir also nochmal die Sache, wo ich mir auch so dachte, okay, wird es jetzt vielleicht nochmal spannend, wenn Michonne also dann bei Anne im Apartment ist und dann diese Katze findet, von der du ja gesagt hast, sie hat sie ja früher schon gebastelt und dann ist dann sozusagen da drin diese, die Nachricht, die man halt auch nur so in Fragmenten lesen konnte. Ich habe dann extra mal Pause gemacht, um zu gucken, ob man da irgendwie was liest und ich, ja, da war jetzt halt auch irgendwie nix dabei. Und ich sagte, okay, so, selbst wenn das jetzt jemand gefunden hätte, ja, wäre jetzt Alexandria so unglaublich wichtig, also, ja, natürlich war das eine persönliche Sache, dass sie halt, aber, was mich so gewundert hat, why bother in the first place, ja, also ist das wirklich so jetzt das Ding, dass sie das aufschreiben muss, um ihn in der Hand zu haben, was hatte sie denn davon, ihn in der Hand zu haben, es ist, es war so ein, so ein McGuffin, um des McGuffins willen, der aber eigentlich wirklich, nie wirklich, es ist ja auch nicht so, dass da schon Suchtrupps ausgesagt, weißt du, man hätte so viel spannendere Sachen machen können und, ähm, das alles irgendwie, äh, ja, was soll ich sagen, ich hadere im Grunde genommen mit den vergebenen Chancen, es war nicht wirklich Scheiße, was man da gesehen hat, also, ich saß jetzt nicht mit Kopf, Tischplatte und so da, das, das absolut nicht, ne, aber ich dachte mir halt so die ganze Zeit, ja, get on with the show, what's the point, dann sehe ich schon wieder, ähm, äh, in dieser Folge schon wieder, Rick und mich schon durch die Gegend rammeln, dann denke ich, wir Kinas, jetzt, also, ja, ich, ich hab's verstanden, jetzt, ne, ja, gut, das war jetzt die Hand, gerade in der Herrheitsantrag hinter sich, das kann ich schon irgendwie verstehen. Ja, ja, aber das ist wie du sagst, wir haben bei The Walking Dead gerade in, äh, in so mittleren Staffeln irgendwo immer wieder gedacht, oh Gott, was ist das denn jetzt alles für ein, für ein Chaos und unverständlich und sowas, das war's jetzt gar nicht, finde ich. Aber du musst halt einfach sehen, ähm, zwischen der Explosion, oder zwischen, zwischen dem, dem Plot rund um das Ende, ja, und dem eigentlichen Ende der Folge, liegen, literally, 16 Minuten, ja, und da ist der Abspann noch mit dabei, ich hab gerade mal eben nochmal geguckt, wie lang die, die Folge geht, ja, und, äh, der, der große Endkampf, sozusagen, die Infiltration beginnt irgendwie bei Minute 31, 32, ja, da fängt es an und die Folge geht 46 Minuten. Freunde, das funktioniert so nicht, also dann hätte ich einfach das von mir aus so machen können, aber dann packt uns doch bitte, äh, in die Folge 7, die, die Rückkehr der beiden nach Alexandria rein, wo ich dann nochmal alle sehe, aber diese, diese, diese Schlussszene, die dauert halt gerade mal drei Minuten. Ja. dafür, dass ich jetzt hier elf Jahre The Walking Dead durchgehalten habe, jetzt, also, finde ich das irgendwie so, underwhelmed, also, da bin ich nicht beeindruckt von der ganzen Geschichte. Ja, ich würde da einfach mal so ins, ins Gedächtnis rufe, guck mal, wenn ich, wenn ich, äh, äh, Herr der Ringe Filme in der Extended Edition durchgucke, so einmal im Jahr, und danach kriege ich meine Dreiviertelstunde Abschiedsszene, ja, äh, das catcht mich halt jedes Mal. Und da hatte ich mir wirklich irgendwie erhofft, dass mich das irgendwie mehr catcht, dass man da ein bisschen mehr sieht, dass da nochmal eine, eine Carol um die Ecke kommt und wer halt noch alles am Leben ist, ne. Ja, ich weiß es nicht, es war einfach irgendwie so unbefriedigend. Und das war natürlich irgendwie ganz nett, dass dann der RJ noch da war und so. Ich bin schon zu weit, wir lassen es nochmal zum Endkampf gehen. Aber was ich damit sagen wollte ist, das war schon, also, die letzte Folge von Game of Thrones war schon ganz schön gehetzt, aber das, Ja, aber ich glaube weiterhin, dass das so gehetzt erzählt werden sollte, weil es ja auch dann egal war. Es war in dem Moment, wo die beiden quasi verheiratet waren, war klar, die werden alles hinkriegen, was sie wollen. Und sie haben das ja auch, sehr, sehr verlustfrei in der letzten Episode hinbekommen. Da ist ja im Prinzip, da war kein Problem mehr. Also, Rick hat Beale ohne Probleme töten können, nachdem er das Eckelon Briefing bekommen hat. Michonne hatte noch kurz Zweifel, weil sie kurz geschockt war, ist dann aber mit den Granaten relativ schnell zurückgekommen. Dann haben sie auch relativ gut diese Bombe platziert, dann war eben alles tot. Und dann kommen wir eben zum Endkampf mit Thorn. Ja, da gab es noch ein paar brenzlige Momente, aber auch da, muss man sagen, da die beiden Superhelden sind, war es alles kein Problem mehr. Weil ich meine, Rick zündet eine Granate, während acht Zombies vor ihm liegen. Die explodieren weg. Vielleicht hat er die Granate noch in einen Zombie reingesteckt. Das kann ja alles sein irgendwie. Aber er geht völlig unbeschadet da raus. Und da ist ja nicht nur Michonne überrascht. Ihr müsst mich auch überrascht sein. Aber die Story ist erzählt. In dem Moment, wo die beiden verheiratet sind oder jetzt verlobt sind oder sowas, sind die beiden Superhelden. Denen kann nichts mehr passieren. Das ist die Story, die sie uns, glaube ich, in diesen sechs Folgen erzählen wollte. Wahrscheinlich. Und am Ende gibt es den klassischen Show, don't tell, beziehungsweise tell, don't show. Da wird dann einfach in so einer Nachrichtensendung mal eben kurz, kurz die komplette, nächste Kapitel des CRM einfach mal so, ja, wir haben dann das böse Militär haben wir jetzt dann rausgeschmissen und jetzt sind wir alle wieder. Super, das Wetter. Ja, weil es nicht der Fokus der Handlung war. Das hätte ich mir auch anders gewünscht. Da sind wir beide, glaube ich, wir beide wollten gerne mehr über das CRM erfahren, als neue Struktur irgendwie und mehr vielleicht auch Leben sehen im CRM. Das haben wir im Prinzip nur in diesem Park gesehen da. Das ist alles nicht passiert. und es ist halt jetzt, dass in der nächsten Serie nicht passiert, dass man normales Leben gezeigt hat. Wenn überhaupt, ist es halt tatsächlich bei Daryl Dixon passiert, wenn man mal irgendwo auf diese drei Serien zurückguckt. Da haben wir mal ein bisschen normales Leben gesehen. Einerseits bei den Nonnen und auf so ein paar Höfen und in Mont Saint-Michel und sowas. Ja, und bei Dead City haben wir irgendwas ganz komisches gesehen in New York. Ein Leben, das nicht funktionieren kann und hier haben wir gar nicht das Leben gesehen, sondern nur irgendwelche Militär-Dudes. Ja, am Ende des Tages hast du vollkommen recht. Du musst wirklich sagen, dass die abwechslungsreicheren, interessanteren Lebensumstände wirklich dann bei der Daryl Dixon Show waren, die zwar auch jetzt nicht hundertprozentig mich überzeugt haben, aber zumindest gab es mal was anderes, wie diesen Nachtclub zum Beispiel, der was war. Dann warst du gesagt, die Nonnen oder halt eben in Mont Saint-Michel und so weiter, das war einfach mal so ein bisschen irgendwie was anderes, sodass ich mir einfach mal denke, ja, und das hätte auch halt das CRM sein können und kann mir auch keiner erzählen, dass das jetzt so teuer gewesen wäre. Ich kann ja dann in ganz normalen Sets drehen, die sowieso schon da sind. Also, da muss ich ja nicht mal jetzt irgendwie großartig was erfinden und ja, und das ist einfach, ich bin mir nicht so ganz sicher, also, ich glaube, der Punkt ist halt einfach auch, dadurch, dass es jetzt halt auch noch so viele andere Endzeit-Sachen gibt, die es durchaus besser respektive interessanter machen, wie zum Beispiel jetzt Last of Us, Silo, Fallout und so weiter, muss man sich, glaube ich, jetzt bei The Walking Dead eigentlich mal da hinsetzen und mal sagen, okay, entweder wir machen das hier jetzt noch weiter, von mir aus gerne, weil ich mag das Universum ja grundsätzlich, ich habe ja nicht, ich würde ja gerne noch ein bisschen Zeit damit verbringen, dann müssen wir es aber jetzt auch mal grundlegend neu denken. Also, nicht im Sinne von, wie funktioniert das, das bitte nicht, weil da sind die Regeln jetzt etabliert, aber da müssen wir uns mal überlegen, okay, was können wir jetzt mal zeigen, das wirklich auch mal sich ein bisschen vom Rest absetzen, ja, weil ich sage mal, alle Standard 0815 dystopischen Geschichten, die hatten wir jetzt mehr oder weniger schon, also, was einem so als erstes in den Sinn kommt. Meinst du nicht, sie wollten das tun? Ich höre so ganz viel Kritikerlob über diese Folge von Rick und Michonne in dem Apartment, diese Kammerspielfolge im Endeffekt, da gibt es ja extrem viel Kritikerlob drüber und es wird dann auch immer wieder verglichen mit der dritten Folge von Last of Us, ich würde da halt sagen, ja, das sind beides experimentelle Folgen, aber Last of Us fand ich viel, viel überzeugender, fand ich eine der besten Serienepisoden überhaupt der letzten 20 Jahre wahrscheinlich und die Rick und Michonne-Episode, da ging es für mich einfach um zu wenig, weil diese Figuren für mich irgendwie schon so weit erzählt worden sind, vielleicht hat man, vielleicht denke ich das auch nur, vielleicht denke ich auch nur, Michonne und Rick sind eigentlich auserzählt, die musst du eigentlich nicht noch weiter erzählen, eigentlich ist die Liebe auch schon etabliert, muss er erklären, warum Rick denn nicht einfach zurückgekommen ist, nachdem er überlebt hat. Vielleicht liegt es auch daran, dass das jetzt schlicht und ergreifend alles viel zu lang gedauert hat, also ich meine jetzt wirklich im Sinne von Jahre, weißt du, dadurch, dass diese ganze Rick-Nummer jetzt über, keine Ahnung, drei, vier, fünf Jahre sozusagen hochgeschaukelt wurde, waren halt auch die Erwartungshaltungen irgendwie so hoch, dass man das mit einem mittelmäßigen Ding halt einfach nicht erfüllen konnte, weil am Ende des Tages ist es halt mittelmäßig, es ist nicht wirklich schlecht, es ist nicht wirklich gut, es ist halt irgendwie so mittelmäßig und da denke ich mir, okay, bei all den Jahren, die ihr Zeit hattet, das ist das, was ihr uns zeigt, ah, okay, und dann bin ich mir vollkommen bei dir, da ist nämlich dann die dritte Folge von The Last of Us, das ist ja dann die, wo man dieses, wo man dieses schwule Pärchen da kennenlernen auf der Farm, genau, Dudes, die ich vorher nicht kannte und die ich danach auch nicht kannte, die mir aber wesentlich mehr ans Herz gewachsen sind in diesen 45, 60 Minuten, als jetzt halt Rick und Michonne in der letzten Zeit, weil entweder die beiden schon auserzählt waren, ganz genau, oder weil man einfach schon so, weißt du, wenn du Hunger hast und irgendwann hast du so viel Hunger, dass du schon gar keinen Hunger mehr hast, ja, so, so, so ungefähr ist das vielleicht ein bisschen, vielleicht war das das Problem, das kann durchaus sein, dass man, und du bist halt auch schon so oft enttäuscht worden, du hast die Hoffnung in den World Beyond gesteckt, du hast das und dieses und jenes und es kam halt dann irgendwie nix und jetzt war halt dann auch nochmal diese Sache, sodass ich wirklich glaube, ja, ein Kinofilm zweimal 90 Minuten als Special Event an Weihnachten, das wäre so, das wäre so, dass das Richtige gewesen und dann kurz und knackig ein No-Brainer, einfach so, zack, komm, hau raus den Kram, lass irgendwie was machen und dann ist gut und, ja, und so hat man, hat man diese CEM seit Jahren so als, als Potential Superwillen aufgebaut und dann kam halt einfach Nüsste und das war, entweder, vielleicht liegt es auch daran, dass sobald sie halt einfach keine, keine Vorlage mehr haben, wie halt eben auch Game of Thrones, sobald die, die literarische Vorlage weg war, waren halt die zwei, der Demian und der, der, der Demidoff, wie hieß der andere, bla, waren die halt auch lost im wahrsten Sinn des Wortes, ja, weil halt das Brain George R. Martin war und sobald das halt weg ist, ja, dann war halt Feierabend, vielleicht war das halt bei denen im Grunde genommen auch so. Ja, oder die hatten allgemein keinen Bock mehr, aber das ist ja eine ganz andere Frage. ja, dass halt vielleicht seit, seit die, die Comicvorlage halt geendet ist, haben sie halt keine rechte Idee mehr mit dem Ding und wissen auch gar nicht, was sie eigentlich damit machen wollen. Aber dann lass uns doch mal, lass uns doch mal konstruktiv denken, was würdest du dir denn jetzt wünschen, wie es weitergeht? Tja. Ich hab eine relativ klare Idee, aber erzähl mal. Also, ich setze jetzt, ja, also ich, wir haben ja vielleicht die zwei Open Ends, die es jetzt sozusagen gibt. Das eine ist ja jetzt, wie finden Carol und Daryl zusammen? Das ist ja so diese eine Sache. Da würde mich jetzt fast schon mehr interessieren, spielen da jetzt Andrew Lincoln und Michonne noch eine Rolle. Also, kommen die jetzt mit und gehen die alle nach Frank Reusch? Keine Ahnung, I don't know. Und, und wir haben natürlich die, die Negan und Maggie Sache, wo wir da noch diese Geschichte haben, mit dem, mit dem Sach, mit, mit dieser komischen Tante da in dem Penthouse. Ja. Und, äh, die, die Frage ist, was, was, was macht man damit? Also, am Ende des Tages ist für mich die interessantere Geschichte, auch, ähm, jetzt dann Daryl, Carol und, äh, wie geht's da weiter? Mit welchem lustigen literarischen Kniff, ja, bringen sie denn jetzt Carol nach, nach Frank Reusch, ja, oder Daryl dann doch wieder zurück, wo er sich ja gerade entschieden hat zu bleiben? Also, I don't know. da bin ich mal gespannt drauf. Aber das ist einfach was, da erhoffe ich mir jetzt wirklich ein bisschen, da, da erhoffe ich mir jetzt mal wieder, ähm, etwas, aber ich kann dir nicht sagen, was ich da jetzt eigentlich irgendwie gesagt sehen will. Ganz ehrlich, ich möchte so ein bisschen, weil ich auch glaube, dass die Cash Couch der Walking Dead so langsam ausgelutscht ist, dann lasst uns jetzt mal um Heilmittel kämpfen. Das wäre jetzt ehrlich gesagt mal so mein Ding. Lasst uns mal um Heilmittel kämpfen. Von mir aus lasst es das eine Kind da sein. Bitte, bitte, bitte nichts Esoterisches, ja, sondern ganz konkret, der hat irgendeinen Antikörper in seinem Blut und deswegen kann der das und so weiter. Bitte, bitte nichts Esoterisches, das passt da nicht rein. Das ist, das ist nicht The Walking Dead. Und, ähm, das wäre aber ehrlich gesagt so, ja, wäre so mein, mein, mein Ding. Da passt aber dann Negan und Co. gar nicht mehr, also, die sehe ich da gar nicht mehr. Ja, ob das, ob das jetzt da nicht reinpasst, weiß ich, weiß ich wirklich nicht. Weil es ist, dass esoterisches nicht reinpasst, Ja, weil, weil Kirkman ja immer so religiöse Anspielungen immer reinsetzt. Aber, ähm, anyway, ich glaube, dass uns vor allen Dingen mal eine positive Geschichte erzählen werden muss. Ja. Und zwar nicht nur eine positive Geschichte in, äh, im Kosmos von Zerstörung, wie wir jetzt hier quasi haben, da wird uns ja quasi eine Liebesgeschichte erzählt, äh, in Zeiten von, ohne uns herum sterben alle, aber wir lieben uns, ähm, sondern tatsächlich der positive Aufbau einer neuen Gemeinschaft mit, unter der Hoffnungsperspektive, dass es eine Heilung geben könnte. Und ich finde, diesen Ansatz, den sieht man in Mont Saint-Michel. Und da, da ist die Gemeinschaft, in der Hoffnung gesteckt, in die Hoffnung gesteckt werden sollte. Und deswegen hoffe ich so sehr, dass Daryl auf den Ruf von Carol, also Carol wird ja offensichtlich, also das ist ja zeitlich offensichtlich so, dass Carol mitbekommen hat, äh, Rick ist wieder da, so, ne, und dann setzt sie diesen Funkspruch ab und den hört, äh, Daryl und der weiß jetzt, okay, ähm, äh, die, es ist wieder alles gut da drüben, so. Oder zumindest sind wir wieder, das, die, die Band ist wieder zusammen, so. Jetzt hoffe ich so sehr, dass Daryl diesen Ruf nicht, folgt und zurück nach, äh, Alexandria geht oder sowas, weil, das wäre jetzt gleich in grün. Dann haben wir wieder The Walking Dead. Genau. Ähm, stattdessen soll Daryl irgendwie da in Monster Michel bleiben und da soll wirklich mal eine positive Geschichte erzählt werden, wie die versuchen, vielleicht mit anderen Gemeinschaften Kontakt aufzunehmen. Das ist natürlich nicht reibungslos und da wird es auch wieder Stress geben und das ist klar und das ist aber okay, so. Aber gleichzeitig soll es nicht wieder darin münden, dass relativ schnell wieder alles zerstört wird und, äh, dann kommt eine große Militärmacht und bombt Monster Michel weg und wir müssen wieder darum kämpfen, dass wir diese große Militärmacht zerstören und sowas. Ich will einfach mal eine positive Geschichte vielleicht auf ein Ende dieses Universums hin ansteuern. Ja. Das ist ja okay, also irgendwann ist es auch auserzählt. Genau. Und dann, dann gehe ich irgendwann mal dahin, okay, und wir entwickeln jetzt in Frankreich, wo schon diese Experimente da stattfinden mit den Zombies und das haben wir in The World Beyond schon gesehen und das ist ja alles, das passiert ja alles da in Frankreich, wenn wir da irgendwie jetzt mit und mit so die Geschichte einer, eines Heilmittels erzählen und dann vielleicht noch eine Staffel, wo wir sehen, dass Daryl mit seinem Motorrad nach Indien fährt und das Heilmittel dahin bringt oder so. Das ist mir völlig egal. Ja, das wäre doch vielleicht auch mal ein Twist, statt bisher einfach immer zu zeigen, dass unsere Truppe irgendwo hinkommt und dann sozusagen den Status Quo aufmischt, wäre es, wie du sagst, doch manchmal ganz nett, wenn sie jetzt mal diejenigen sind, die einfach mal lokal irgendwo bleiben, sie haben oder sie arbeiten an etwas und dann versuchen sie es zu verbreiten und dabei müssen sie sich dann mal als Heilsbringer so ein bisschen durchsetzen. Ja, okay. Und dann bringen sie auch mal was Positives irgendwo hin, so. und zerstören nicht immer nur. Das wäre ja mal in der Tat mal ein ganz anderer Ansatz, ja. Ja, das ist übertrieben, aber zumindest mal so ein bisschen, ja. Und dann werden sie konfrontiert natürlich mit denjenigen, die quasi die Profiteure der neuen Situation sind und es gibt ja die Warlords, die eben profitieren davon, dass die Welt zerbrochen ist und die natürlich gar kein Interesse daran haben, dass irgendwie jetzt irgendwie eine Gesellschaft wieder hin strukturiert werden könnte oder sowas. Da steckt noch relativ viel drin, aber jetzt weiterhin in dem ganz schlimmen Zustand zu verharren und dann irgendwie immer Symptombekämpfung zu machen, was die gesellschaftlichen Verwerfungen angeht, da habe ich langsam keine Lust mehr drauf. Das muss ich echt zugeben. Ja, da geht es mir ganz genauso wie dir. Ich meine, wenn man sich die Rotten Tomato Scores anguckt, dann ist das Ding wirklich hoch bewertet worden, also in den hohen 80ern, 90ern von sowohl Critics als auch Audience Scores. Es sind jetzt nicht so riesige, nicht so riesig viele Teilnehmer. Allerdings, das ist noch so ehrlich, muss man sein, weitaus mehr als bei der letzten Staffel einer uns beiden bekannten Sci-Fi-Serie und auch dramatisch höher. Also da ist noch, der Appeal ist ja durchaus noch da, aber nun, Freunde, macht ein bisschen was draus und wollen wir mal gucken, was daraus wird. Ich bin jetzt trotzdem nochmal um den Bogen nochmal zum Anfang zu spannen, lieber Andreas. Hast du ein grundlegendes Interesse an dystopischen Dingen und wollen wir, da wir ja auch auf The Last of Us ja noch sehr lange warten müssen, bis es da weiter geht, wollen wir vielleicht diese ganze kleine Podcast-Reihe so ein bisschen weiterfassen und sobald da auch nur ein Untoter drin vorkommt, sind wir potenziell am Start oder eine Dystopie, sodass wir sagen, vielleicht treffen wir uns in drei, vier Wochen. Ich denke, wir haben ja jetzt auch gerade noch Discovery am Laufen und jeder hat dann noch so ein bisschen sein Ding, aber dass wir uns vielleicht so in drei, vier Wochen mal treffen, dann ist der Michael auch, glaube ich, wieder dabei am Start, weil dann hat er nämlich auch Fallout geguckt und dann lass uns doch mal schauen, ob uns vielleicht eine andere dystopische Geschichte, nämlich Fallout und vielleicht schafft ja der eine oder andere noch Silo und ich weiß nicht, hast du noch Snowpiercer gesehen? Den Film habe ich damals gesehen, aber die Serie nicht, aber Silo habe ich komplett gesehen. Okay, siehst du, also dann kann man ja sozusagen da mal einen kleinen Vergleich machen zwischen Silo und Fallout. Das fände ich, glaube ich, sehr spannend und wir bewegen uns grundsätzlich so ein bisschen in unserem dystopischen Universum. Das können wir sehr, sehr gerne tun. Ich habe ja auch Bock, Fallout zu gucken und dann besprechen wir die erste Staffel rückwirkend im Vergleich vielleicht mit Silo oder sowas. Genau, das können wir doch machen. Prima. Ansonsten noch die kleine Ankündigung, wer noch kein Ticket hat für den 20.4., das ist ja jetzt auch schon in ein paar Tagen im Rabbit Hole Theater in Essen, dann schießt euch eins. Es sind nur noch, ich glaube noch 14 Stück oder so gibt es noch, also von daher sichert euch eins von diesen wenigen Tickets. Das wird dann sehr spaßig werden, wenn Papa Basti da ist und wir einfach einen lustigen, bunten Abend machen und im Anschluss noch meinen Geburtstag nachfeiern. Von daher würde ich mich freuen, den einen oder anderen von euch da noch zu sehen, rabbithole-theater.de slash nerdychrismus. Da könnt ihr euch das Ticket schießen, seid nicht verwundert, ihr reserviert es nur. Das ist wichtig, ihr kauft das nicht gleich, ihr bezahlt dann der Abendkasse, aber tut mir gefallen, wenn ihr eins reserviert, dann kommt auch, weil sonst nehmt ihr irgendjemand den Platz weg. So, in diesem Sinne, wenn euch das also heute hier gefallen hat, dann Däumelein nach oben, dann lasst uns doch mal eine schöne Bewertung da bei iTunes, Spotify oder Podcast-Addict, ihr dürft natürlich uns auch eine WhatsApp schreiben oder eine Sprachnachricht schicken an die 01525 964 7709 und info at nerdizismus.de freut sich auch immer über eine Post und ihr könnt natürlich auch noch eine Walking Dead-Tasse erwerben, die kriegt ihr bei nerdizismus.de slash shop. So, in diesem Sinne, knackige Stunde, ich denke, mehr gibt es nicht zu sagen und Andreas, dir vielen Dank für den schönen Frühschoppen, es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht, und den kleinen überschaubaren Rest TVD-Fans da draußen, haltet durch, es kann nur besser werden und von daher in diesem Sinne macht Jörg bis dann, tschüss, tschüss. tschüss. Eine Produktion des Podcast-Imperiums r demos dritta, tschüss. tschüss, tschüss. tschüss. Vielen Dank.